Wer sich fürs Laufen interessiert, kommt am renommierten Laufwerk Gelnhausen nicht vorbei. Im Laden am Ziegelturm kümmert sich ein erfahrenes Team rund um Inhaberin Johanna Strasser um ihre Füße und um das richtige Sportequipment. Nicht nur die Laufanalyse und ein riesiges Sortiment an Laufschuhen zeichnen das Laufwerk aus, sondern vor allem auch die kompetente Beratung. Ob als Einsteiger oder als Profi, hier kommt jeder auf seine Kosten. Das Team ist geschult in den Bereichen Ausdauersport, Nahrungsergänzung, Laufanalyse, Sportuhren und vielem mehr. Mit maßgeschneiderten Tipps für Trainingspläne, Motivation und Trainingsdokumentation wird das Angebot des Laufwerks abgerundet. Auch für Triathleten, Schwimmer und Walkingbegeisterte wird ein breites Sortiment und eine individuelle Beratung geboten. Viele zufriedene Kunden sind begeistert von der Freundlichkeit, der hohen Servicequalität und den fairen Preisen. Ebenso bietet das Laufwerk regelmäßig Veranstaltungen rund ums Laufen und Fitness an. Laufwerk Gelnhausen – damit alles so läuft, wie es soll. Laufwerk Gelnhausen – damit alles so läuft, wie es soll. Untertitelung des ZDF, 2020